in diesem video schauen wir uns an wie wir einen ssh server betreiben und und somit remote an unserem linux system oder hier bei ubuntu anmelden können ich bin hier in der ubuntu desktop umgebung und da ist standardmäßig der ssh server eben nicht installiert deshalb hier der befehl ab get install oben ssh server den für ich einmal aus sehe dass das nicht funktioniert ich bin ja auch kein super user deshalb einmal sudo davor passwort eingeben hier noch mal mit y bestätigen oder ja wenn es auf deutsch habt so jetzt ist er installiert ich lasse mir mal die prozesse anzeigen und schauen wir mal ob der schon läuft sieht so aus als wieder laufen und wir können gleich mal zum testen probieren ob wir uns auch anmelden können daran dazu gebe ich jetzt ja ein ssh damit benutze ich den ssh client und nicht den server benutzer ist useful wit und dann in dem fall halt localhost also auf mich selbst und jetzt fragt er mich hier nach dem fingerabdruck bestätige ich auch mit yes jetzt werde ich nach dem passwort gefragt und bin eingeloggt war ich ja im prinzip die ganze zeit schon aber damit haben wir jetzt getestet dass der ssh server funktioniert und wenn diese maschine jetzt läuft könnte ich jetzt also aus meinem heimnetz zum beispiel hier per ssh darauf zugreifen